Wartende Sie sitzt an einem Tisch für zwei Personen, allein. Mit diesem wachen, starren Blick schaut sie umher, als hätt sie was verloren, und hält sich fest an einem Buch. Ihr Strick, der sie herauszieht aus den Augenpaaren, die nach ihr züngeln, mitleidlos und spitz, die Wellen über ihr zusammenschlagen, sie niederdrücken auf den Plastiksitz, der unter ihren Schenkeln klebt. Sie schwenkt ihr Glas, das Eis schmilzt klirrend schneller, sie selbst wird immer kleiner und versenkt gern als Erfindung in ihr Buch, das sie nun zuschlägt, ehe sie auftaucht, zahlt und geht. Es ist genug. Sie sitzt an einem Tisch für zwei Personen, allein mit diesem wachen, starren Blick. Das Gedicht wirkt auch still gelesen, und zwar aufgrund der Missverständnisse, die die fehlenden Satzzeichen zunächst provozieren. Vorgetragen kann man die sich ergebenden Mehrdeutigkeiten, die sich erst im Nachhinein klären, nicht ausdrücken. Richtig heißt es, sie sitzt an diesem Tisch für zwei Personen allein. Und damit ist schon klar, dass hier eine Frau ihr Date erwartet. Durch den fehlenden Punkt am Satzende wird jetzt der wache, starre Blick, von dem wir noch gar nicht wissen, wem er gehört, ihr einziger Begleiter. Es ist ihr eigener Blick. Und mit diesem Blick schaut sie umher, als hätt sie was verloren. Sie sucht den Mann, den sie erwartet, und hält sich fest an einem Buch, ihr Strick. So am Versende isoliert ist ein Strick eine Schockwirkung. Wenn in der Literatur ein Strick auftaucht, ist der Hals, um den er sich legt, normalerweise nicht weit, aber der Strick ist hier Hilfe, nämlich ein Strick, der sie herauszieht aus den Augenpaaren, die nach ihr züngeln, mitleidlos und spitz. Man sieht ihr also an, dass sie versetzt wird, oder sie fühlt sich so, als wenn man ihr das ansieht und interpretiert deshalb entsprechend die Blicke der anderen Besucher des Cafés. Vielleicht auch beides. Das eigentlich behagliche Bild einer Frau, die es sich im Café mit einem Buch gemütlich macht, wird durch ihr unsicheres Verhalten, ihr sichtliches Unwohlsein zerstört und zieht damit erst die Blicke auf sich. Das Buch ist der Strick, der sie aus diesen Blicken herausziehen soll. Es gelingt natürlich nicht. Die Aussage im Indikativ ist reine Sprachökonomie, wie man sie für ein Gedicht braucht. Denn die schlangenartig nach ihr züngelnden Augenpaare, die wie Wellen über ihr zusammenschlagen und sie niederdrücken auf den Plastiksitz, der unter ihren Schenkeln klebt, bleiben für sie spürbar. Sie schwenkt ihr Glas, das Eis schmilzt klirrend schneller. Wahrscheinlich ein Straßencafé und herrliches Wetter. Darum ein gekühltes Getränk. Aber von wohliger Wärme spürt der Leser nichts, wenn Eis klirrend schmilzt und das schneller wie eine Bedrohung klingt. Vor allem, wenn der Vergleich mit ihrem eigenen schwindenden Selbstbewusstsein gezogen wird. Denn sie selbst wird immer kleiner und versenk, gern als Erfindung in ihr Buch, das sie nun zuschlägt. Diese Verabredung sollte ihr Selbstwertgefühl steigern und stattdessen erlebt sie eine tiefe Demütigung vor sich selbst und vor der Allgemeinheit, deren Anerkennung ihr offenbar fehlt. Eine sich als attraktiv empfindende, selbstbewusste Person hätte ihre ganze Aggression gegen den säumigen Galan gerichtet. Sie richtet sie gegen die sie beobachtende Umgebung und noch mehr gegen sich selbst, wenn sie das Versetztsein als Schande interpretiert. Ehe sie in dieser Schande ertrinkt, bemüht sie sich mit einem Rock, ihre Würde wiederherzustellen. Sie taucht aus diesem Meer der Schande auf und verwandelt mit Zahlen und Gehen das kleine Drama in eine sachliche Alltagsszene zurück. Untertitelung. BR 2018 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 BR 2018